In diesem Video erkläre ich dir, was Physik ist. Außerdem lernst du die Teilbereiche der Physik kennen. Die Physik ist eine Naturwissenschaft. Andere Naturwissenschaften sind unter anderem die Biologie, Geografie oder Chemie. Die Physik untersucht grundlegende Phänomene der unbelebten Natur und versucht sie mit Modellen und Gesetzen zu erklären. Die Optik ist die Lehre des Lichtes. Die Akustik ist die Lehre des Schalls und seiner Ausbreitung. In der Thermodynamik oder Wärmelehre geht es um Wärme und Wärmeenergie. Sie entstand mit der Erfindung der Dampfmaschine. Beim Magnetismus geht es um Magnete und Kraft zwischen Magneten. Ein Teilbereich des Magnetismus ist der Elektromagnetismus. Bei der Mechanik geht es um Bewegung und um die dabei wirkenden Kräfte. Die Elektrizitätslehre beschäftigt sich mit dem elektrischen Strom. Die Atomphysik untersucht den Aufbau der Atome. Ich hoffe, du hast meine Erklärungen verstanden. In der Videobeschreibung findest du Arbeitsblätter oder interaktive Online-Übungen, die genau zum Video passen. Natürlich mit Lösungen. Verstehst du das Thema jetzt besser? Dann würde ich mich über ein Abo oder Like freuen. Hast du noch Fragen oder sind dir manche Erklärungen unklar? Auch in diesem Fall würde ich mich über dein Feedback freuen.